Norddeutscher Rundfunk 2021 Aber sowas habe ich hier noch nie gesehen Oh, weißt du, naja, Igel kommen gewöhnlich auch nur nachts raus Wahrscheinlich sind sie jetzt schon aufgewacht, weil sie Hunger haben Pass mal auf, sie werden bestimmt gleich weiter gehen Na, siehst du, hab ich's dir nicht gesagt Weißt du, ich hatte ja auch nur Angst, dass sie über die Straße laufen, mehr nicht Also dann, Buggy, jetzt fangen wir an und machen die Straße wieder richtig schön, ja? Und das heißt, du verteilst deine Ladung schön gleichmäßig, okay? Kein Problem, Bob, du kannst dich auf mich verlassen Hast du gut gemacht, Buggy, danke, Bob Rollo, jetzt bist du dran Na endlich, ich kann's kaum noch, kaum noch erwarten Oh nein, da gehen ja Igel über die Straße Rollo, pass auf Hi Was, Igel? Oh, Bob, Buggy, seht doch mal, Igel Oh, pfuh Du große Güte, ich muss sagen, das war knapp Ach, Hengi Vorsicht Pfff Pfls First